Egal, ob du schon einige Jahre soloselbstständig bist oder kurz vor der Gründung, es gibt ein paar wesentliche Unterschiede im Handeln und im Denken eines Unternehmers zum Soloselbstständigen. Und die werde ich dir heute zeigen. Und ich werde vor allen Dingen den Fokus darauf richten, warum die meisten den Wechsel nicht schaffen vom Soloselbstständigen zum Unternehmer. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Grupp-Instituts zur Gründung, Finanzierung und Unternehmensnachfolge. Und ich habe genau diesen Prozess auch hinter mir als Soloselbstständiger zu gründen und dann Zug um Zug ein Unternehmen zu errichten. Und die Erfahrung werde ich dir heute in diesem Video gerne mitteilen. Schauen wir uns nun das Leben eines Soloselbstständigen an. Die erste Aufgabe ist vielleicht einen Plan zu machen. Finanzplan, Unternehmensplan, Businessplan, um dafür Fördermittel zu bekommen und selbst auch eine Kursplanung für die nächsten drei bis fünf Jahre zu vollziehen. Und natürlich um auszurechnen, ob er und wann er davon leben kann. Als nächste Aufgabe kommt ihm der Tennisball entgegengeflogen in Form von einer Aufgabe, seine Markenpositionierung, seine strategische Erfolgspositionierung zu errichten, sein Marketingkonzept aufzubauen, den Markteintritt und den Marktauftritt zu planen, zu konzipieren. Wenn dann der Marktauftritt stimmt, die entsprechenden Webseiten und die Visitenkarten errichtet und verteilt sind, dann gibt es vielleicht den ersten Lead, den ersten Interessenten, der anklopft und nun muss er ein Angebot erstellen. Und das ist in der Sales-Abteilung die Aufgabe Angebot, Beratung, Vorberatung und natürlich dann den Vertragsabschluss, also Lead-to-Order-Prozess. Also fliegt der nächste Tennisball in seine Richtung und er schlägt ihn zurück, um den ersten Auftrag zu bekommen. Jetzt hat er ihn endlich bekommen, den ersten Auftrag und muss ihn nun umsetzen, abarbeiten, sprich also die Produktion oder die Dienstleistung erbringen, damit er dann auch die erste Rechnung stellen kann. Also hat er endlich die Produktion, die Leistung abgewickelt, gilt es nun, die richtige Rechnungsvorlage zu erzeugen, die richtige Rechnung zu erstellen, den Zahlungseingang zu überwachen, die entsprechenden Belege in die Buchhaltung packen und dort die Kontierung sicherstellen, damit dann die erste Umsatzsteuervoranmeldung zum Finanzamt geht und alle Unterlagen fertig sind später für die Jahressteuererklärung. Und da er nun eine Webseite hat und vielleicht auch die ersten Abmahnungen schon hat oder vermeiden will und allgemeine Geschäftsbestimmungen braucht und die Datenschutzgrundverordnung auch berücksichtigen muss und auch für seine eigenen Verträge Rechtsgrundlagen braucht, gibt es dann die nächste Aufgabe auch im Legal, also im rechtlichen Bereich, alles absolut rechtskonform abzubilden. Also die nächste Aufgabe ist da, durch die Abmahnung des Wettbewerbers oder weil der Webseitenersteller sagt, also hierfür müssen wir unseren Presse nochmal anpassen. Und schon kommt der nächste Ball angeflogen, weil er gar nicht alleine in der Lage ist, den Auftrag abzuwickeln. Er braucht vielleicht noch einen Fremdleister, der gegen Honorar stundenmäßig pro Woche noch ein aufträgender Projekt mitarbeitet oder er braucht eine Administrationskraft, eine Teilzeitkraft. Und schon kommt der nächste Ball angesegelt, die entsprechenden Verträge vorzubereiten oder vielleicht sogar die entsprechenden Anmeldungen bei der Krankenkasse zu vollziehen, die entsprechenden Unfallversicherungsunterlagen zu dokumentieren und auch pünktlich alle Zahlungen abzuleißen. Und da die Menge der Informationen, der Kontakte, der Leads zunehmen und auch die Frage langsam ist, wann muss ich mit welchem Interessenten, mit welchem Kunden, mit welchem Stakeholder sprechen, mit welchem Netzwerkkontakt wieder in Verbindung treten. Wird es zwingend erforderlich, eine CRM aufzubauen, also ein Kundenverwaltungs-, ein Interessentenverwaltungssystem, vielleicht mit Projektmanagement, vielleicht mit Marketingkanälen, vielleicht auch gleich mit angebundener Faktura, also Rechnungslegungsprogramm mit Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung. Also kommt der nächste Ball angesegelt, der lautet, was ist die richtige Software? Wo ist der richtige Server abgelegt? Welche Prozesse und Schnittstellen brauche ich? Und schon der nächste Ball ist unterwegs und alle anderen natürlich auch. Und nach den ersten Monaten hat er auch schon die ersten Zahlen. Und vielleicht nach einem Jahr sieht er, dass die ursprüngliche Planung, die er gemacht hat, gar nicht so erreicht wurde. Weil die Preise, die Mitbewerber, die kosten sich doch ein wenig anders verhalten als ursprünglich geplant. Also gilt es, sich hinzusetzen und das Ganze zu analysieren nach Engpässen. Zu analysieren, wo Handlungsmaßnahmen erforderlich sind, wo Korrekturmaßnahmen eingeleitet sein müssen. Also Controlling heißt der Ball, der jetzt auf den Solo-Selbstständigen zufliegt. Und wenn ein Solo-Selbstständiger ein paar Jahre oder Jahrzehnte darin arbeitet, dann hat er sich daran gewöhnt, dass aus dieser Richtung ein Tennisball kommt und dann knallt er ihn zurück. Und dann kommt aus der anderen Richtung ein Tennisball und dann knallt er ihn wieder zurück. Und irgendwie macht es Spaß, doch täglich aktuell im Geschehen auf die verschiedenen Antworten und Anforderungen und Aufgaben zu reagieren. Und diese Freude, diese Abwechslung kann zwar Spaß machen, aber sie hat einen großen Nachteil. Er wird wahrscheinlich verhindern, dieser Nachteil, dass er den Wechsel zum Unternehmer schafft. Kommen wir nun zu der Funktion und zur Arbeitsweise und Denkweise eines Unternehmers. Der erste große Unterschied ist, dass ein Unternehmer nicht im Unternehmen arbeitet, sondern am Unternehmen arbeitet. Je schneller nämlich ein Selbstständiger sich hier im Hamsterrad dreht und alles auf ihn zugeschnitten ist, also er selbst die Leistung ist, die er bringt, er selbst die Person ist, die die Angebote schreibt, er selbst die Person ist, die Verträge macht, er selbst die Person ist, die Operation kontrolliert, Controlling macht. Wenn er alles selbst macht, hat er natürlich gar nicht Zeit dafür, ein Unternehmen aufzubauen. Der Unternehmer sieht natürlich auch die Vielzahl der Tennisbälle, der Aufgaben, die dann im Unternehmen entstehen, die erledigt werden müssen. Nur ist er nicht derjenige, der sich jetzt mit einem großen Tennisschläger oder sogar zwei Tennisschläger in die Mitte stellt und alles zurückballert, so der Rambo, der Unternehmer, der Selbstständige, der alles selbst macht. Nein, der Unternehmer sieht die einzelnen Aufgaben und fängt an, für diese einzelnen Aufgaben Strukturen, Abteilungen und Prozesse zu erstellen und Richtlinien zu erstellen, wie diese Aufgaben möglichst erstmal effektiv, also überhaupt gut mit einer hohen Qualität erledigt werden und danach, wie sie effizient, also mit einem Mindestmaß an Kosten, Einsatz von Ressourcen abgebildet werden können. Das bedeutet also, das Erste, was ein Unternehmer macht, er entwickelt ein Geschäftsmodell und entwickelt dann Zug um Zug für jeden Bereich auch Prozesse. Das kann man ein bisschen so vergleichen, wie auch unser Körper aufgebaut ist. Nach außen hin hat der Körper eine Haut, das Marketing, das Gesicht des Unternehmens, die Unternehmensstruktur und da drin sind dann die Prozesse abgebildet, so vergleichbar mit unserem Skelett, also die Struktur des Gesamtkörpers wird dann durch das Skelett oder durch die Prozesse im Unternehmen abgebildet. Aber was nützt dir die Haut mit Knochen? Was dazu natürlich kommen muss, sind die Muskeln und das sind natürlich Menschen, die Leistung umbringen, also Teams und Personen, die auch von den Fähigkeiten her geeignet sind, in den eigenen Prozessen die entsprechenden Aufgaben zu erledigen. Und zwar nicht irgendwie, sondern bestmöglich und zwar nicht mit möglichst hohen Kosten, sondern mit Niedrigkosten. Denn der Preis, den der Kunde bezahlen muss, der muss nicht nur mit den Wettbewerbern am Markt konkurrieren können, sondern er muss auch dem Kunden ins Portemonnaie reinpassen, denn der Preis gehört auch zum Service. Wenn der Unternehmer also fertig ist, dann hat das Unternehmen einen ganz großen Vorteil. Nicht nur, dass die Arbeit gleichbleibend gut bleibt, weil die Prozesse geregelt sind, nicht nur, weil das Unternehmen jetzt auch eine Chance hat zu wachsen, sondern vor allen Dingen ist das Unternehmen auch unabhängig vom Unternehmer. Der Unternehmer kann also in Urlaub fahren, er kann das Unternehmen weiterverkaufen und selbst wenn ihm ein Unfall, ein Unglück passiert, dann sind die Arbeitsplätze nicht in Gefahr. Es gibt viele Menschen, die sagen, wer den ganzen Tag arbeitet, hat keine Zeit Geld zu verdienen. Nun, ein bisschen Wahrheit ist natürlich dran. Denn wer nur die ganze Zeit in seinem Hamsterrad sich dreht, gut, der wird natürlich irgendwann seine 40, 50, 60, 70, 80 Stunden in der Woche arbeiten können. Und wenn er noch eine Administrationskraft, eine Sprechstundehilfe, was auch immer, einstellt, dann hat er noch mehr Zeit zum Fakturieren, sprich zum Verkaufen. Aber irgendwann ist das Ende. Und viele machen hier den Fehler, dass sie viele Lebensbereiche aus ihrem Leben schmeißen. Die Gesundheit geht kaputt, die Ehe geht kaputt, die Freunde rennen weg, die Persönlichkeit bleibt stehen oder nimmt ab, das Gewicht nimmt zu und von restlichem Leben und Abenteuer, Spiel, Spaß und Freude bleibt wenig übrig. Heißt es nun, dass der Unternehmer nicht arbeitet? Na klar arbeitet er. Erstmal muss er natürlich die ganzen Aufgabenprozesse selbst durchleben. Er muss sie in seinem Kopf repräsentieren. Und er muss dann in der Lage sein, zunächst alleine und später mit anderen die Prozesse aufzubauen. Und bis das Ganze errichtet ist, müssen die Aufgaben, die Tennisbälle natürlich trotzdem erledigt werden. Das heißt, der Unternehmer kann wahrscheinlich auch alles. Und er muss das Ganze auch vorfinanzieren, entweder mit seiner eigenen Arbeitskraft oder mit eingesetztem Kapital. Und der ganze Errichtungsprozess, nun, der dauert natürlich länger als eine Woche, länger als ein Monat, vielleicht länger als ein Jahr, vielleicht drei Jahre, sieben Jahre oder zehn Jahre. Und das, was der Unternehmer aber die ganze Zeit in seinem Kopf hat, ist die Vision davon, die Vorstellung und den Glauben daran. Und das haben natürlich die anderen Menschen erstmal nicht. Die meisten kennen nur ihre kleinen Nischen. Die meisten kennen nur das, was sie im Alltag machen und haben nicht diese große Vision. Und die trägt der Unternehmer. So wie auch ein kleines Samenkorn die DNA, den Bauplan für eine große Eiche, für einen großen Baum auch in sich trägt. Was sind nun die Hauptgründe, weshalb ein Solo-Selbstständiger diese Transformation nicht geht? Denn irgendwann wird auch der Solo-Selbstständiger in Rente gehen und die Frage ist, was hat er dann? Hat er nichts, was er noch nicht mehr verkaufen kann? Oder hat er ein Unternehmen, das ihn erlaubt, auch mal in Urlaub zu gehen, mal Freizeit zu machen und zum Schluss als Wert auch weiter zu verkaufen oder Betriebs- oder Familienintern zu übergeben? Und der erste Punkt, den haben wir schon gehört. Das erste ist, eine Vision zu haben, wie das in Zukunft aussieht. Also ein Unternehmen aufzubauen, was auch ohne einen selbst funktioniert. Und das ist zunächst mal Visionsarbeit und auch Ego-Arbeit. Es geht nicht nur um mich bei einem Unternehmen, sondern es geht darum, der Gesellschaft einen Beitrag zu leisten, Probleme anderer zu lösen. Und das können auch andere Menschen vielleicht sogar besser als man selbst. Der zweite große Knackpunkt ist, das Solo-Selbstständiger zu neigen, lieber die Aufgaben selbst zu machen. Erstens, weil sie vielleicht glauben, dass sie sich viel besser können und zweitens, weil es Zeit spart. Denn erstmal, einem Mitarbeiter alles zu erklären, wie es zu machen ist, was die Gefahren sind, was die Prozessabweichungen sind, was alternative Lösungen sind, was die häufigsten Fragen sein könnten, die die Kunden stellen und dann die Einwärmbehandlung und alles Mögliche, dauert viel zu lange. Wenn es aber die Mutter mit ihrem Kind macht, zu sagen, ich zeige dir jetzt nicht, wie du die Schuhe zu bindest, sondern ich binde dir mal schnell das zu, weil es schneller geht. Das hat zur Folge, dass dann irgendwann ein Erwachsener, Heinz-Peter, an der Tür steht und sagt, Mami, mach die Schuhe zu. Wir schaffen also Abhängigkeiten und es gibt keine wirkliche Duplikation. Das heißt, das, was ein Selbstständiger auch lernen darf, ist es, die Zeit zu investieren, andere auszubilden, um langfristige Ressourcen freigesetzt zu bekommen. Und der letzte Punkt, was Solo-Selbstständige auch lernen müssen, gerade wenn sie sich erfolgreich als Marke, als Experte am Markt etabliert haben, dass es beim Unternehmensaufbau eben nicht mehr um die eigene Person geht, sondern es geht darum, Unternehmen zu schaffen, wo andere erfolgreich darin arbeiten, wo andere erhöht werden, wo andere Führungskräfte werden, wo andere vielleicht auch die Kompetenzen übertragen bekommen und dann auch im Vordergrund stehen. Also entscheide heute auch du selbst, was du in Zukunft möchtest. Möchtest du morgens zur Arbeit kommen und wieder neue Aufgaben, Krisen und Herausforderungen selbst bearbeiten und alles noch besser und noch schneller erledigen, mit dem Ergebnis, dass du zwar in einem goldenen Hamsterrad dich drehst, aber dafür immer schneller und nicht rauskommst? Oder möchtest du auf der anderen Seite ein Unternehmen aufbauen, wo anderen Menschen Arbeit gibst, wo du viel bessere Qualitäten und viel mehr Menschen dienen kannst, als nur du alleine? Die Entscheidung liegt bei dir, also eine Vision aufzubauen von der Zukunft. Die Entscheidung liegt bei dir, auch ein Mensch zu werden, der andere fördert, ausbildet und lehrt. Und die Entscheidung liegt auch bei dir, dass es nicht nur um dich selbst geht bei einem Unternehmen, sondern auch um andere. Erst wenn du das alles zusammenbringst und diese Strukturen aufbaust, dann kannst du getrost auch mal für Wochen, Monate oder Jahre in den Urlaub fahren und dein Unternehmen gibt es dann nicht nur, sondern wächst vielleicht noch mal weiter und schneller als mit dir. Wenn du Unterstützung dabei brauchst, diese Transformation zu durchschreiten oder überhaupt ein Unternehmen zu gründen und dann zu wachsen, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir sind über 30 Berater und helfen bundesweit Menschen dabei, genau diese Schritte zu gehen. Gerne kannst du ein kostenfreies Erstgespräch nutzen. Jetzt das Video mit Daumen hoch liken, unseren Kanal abonnieren und uns gerne weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Gründung oder bei deiner Transformation zu einem Unternehmen, wo du dich selbst überflüssig gemacht hast. Dein Daniel Schäfer.